Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ich bin endlich wieder back, nach Urlaub, nach Krankheit. Man hört es vielleicht noch ein bisschen an meiner Stimme. Richtig fit bin ich noch nicht, trotzdem wollte ich endlich mal wieder ein kleines Update raushauen. Marktausblick wird es noch nicht geben, dafür habe ich jetzt einfach noch nicht die Zeit dazu. Wird dann nächste Woche wieder ganz normal starten. Ansonsten jetzt wieder täglich Update-Videos. Und ja, bevor wir starten, ich hoffe natürlich erstmal allen da draußen, euch geht es gut. Gut, ihr habt die letzten zwei Wochen gut überstanden. Es hat sich charttechnisch eigentlich gar nicht so geändert seit meiner Pause. Also wir sind immer noch in einer Range. Trotzdem ein kleines Update auf jeden Fall wichtig. Bevor wir starten, lasst dem Video wie immer erstens gerne einen Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich auch gerne in die kostenlosen Telegram-Talk und Signalgruppen reinschauen. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Zukünftig wird es auf jeden Fall wieder deutlich, deutlich mehr Action. Ich habe zwar immer wieder ein paar Updates da gelassen, aber jetzt auf jeden Fall wieder deutlich mehr durchstarten. Außerdem natürlich läuft weiterhin die BingX-Aktion. Ihr könnt euch weiterhin dort for free registrieren. Wenn ihr 100 USDT einzahlt, dann kriegt ihr auf jeden Fall noch eure Free-Trades. Die könnt ihr euch natürlich dann auch noch abholen, wenn ihr darauf Bock habt. Link ist unten in der Videobeschreibung. So, und damit würde ich sagen, gehen wir in die Analyse rein. Bitcoin momentan bei 25.800 US-Dollar. Aber ihr seht schon, es hat sich gestern im Endeffekt dieser ganze Pump, den wir hier hatten, wieder durch diesen angeblichen ETF etc. Also nochmal zum kleinen Ding. Grayscale will seinen Trust im Endeffekt in einen ETF umwandeln. Dagegen hat die SEC geklagt, beziehungsweise Grayscale hat dagegen geklagt. Hat jetzt im Endeffekt gewonnen. Heißt aber noch nicht, dass dieser ETF dann auch befürwortet wird. Ich rechne sowieso erst damit, dass diese ganze ETF-Geschichte nächstes Jahr erst dann wirklich mal handfest wird, beziehungsweise einen Bullrun auslösen könnte. Nur man muss auch dazu sagen, ein ETF, Exchange Traded Fund, kann natürlich auch komplett manipuliert werden. Das heißt, man lockt die Leute ein in diesen ETF und dumpt das Ding dann komplett nach unten. Das sind alles Möglichkeiten, aber darüber braucht man erst sprechen, wenn es dann wirklich soweit ist. Auf jeden Fall habe ich dann schon in der Telegram-Gruppe dazu gesagt, vor einigen Tagen, wo das eben kam, dass im Endeffekt diese Candles wieder aufgeholt werden. Wir sind nicht ganz oben an meine Zielmarke gekommen, 28,3, 28,4. Das wäre nämlich auch die perfekte Short Order gewesen. Wir sind leider nur hier oben bis 28,1,50 gekommen. Haben die Ineffizienz hier oben leider nicht ganz abgefischt. Hätte eigentlich gedacht, okay, dass wir uns die noch holen. Auf jeden Fall ging es dann hier relativ flott nach unten. Dann gestern wieder so ein leichter Abverkauf, nachdem die Non-Farment Payrolls besser waren als erwartet. Die Arbeitslosenquote dafür aber schlechter als erwartet. Das heißt, die Wirtschaft struggelt ein bisschen, was die Arbeitslosen anbelangt. Wir haben es auch bei den ersten Anträgen Arbeitslosenhilfe gesehen. So richtig geil ist es in den USA nicht, was da momentan abläuft. Aber gut, momentan alles noch okay. Man muss aber auch dazu sagen, September war nie, glaube ich, ein grüner Monat für Bitcoin in den letzten Jahren. Gehen wir in den 1-Stunden-Timeframe, beziehungsweise sind wir gerade in einem 1-Stunden-Timeframe. Wir hatten gestern, um mal hier im RSI das zu sehen, wir hatten hier eine kleine Bullish Divergence. Die hat auch erst gezogen bis ungefähr 25.900 US-Dollar. Dann jetzt eher wieder so eine kleine Seitwärtsphase. Wir haben natürlich noch ordentlich Luft im RSI. Das heißt, diese Bullish Divergence kann sich noch ein bisschen nach oben hin ausziehen, beziehungsweise noch ein bisschen weiter nach oben pushen. Wichtig ist aber, dass wir hier oben diesen Close über 26.100 US-Dollar kriegen. Das ist jetzt erstmal unsere nächste Schallmauer. Kriegen wir hier oben keinen Close drüber. Das heißt, wir kriegen hier einfach nur einen Liquiditäts-Wick. Das heißt, wir schließen nicht drüber, wir wicken hier drüber. Ist das eindeutig ein Zeichen, dass wir auf jeden Fall nochmal tiefer gehen. Kriegen wir einen Close da drüber, ist der nächste halt hier auf jeden Fall erst einmal die 27.000 US-Dollar. Sehr, sehr wahrscheinlich einfach, weil wir hier noch eine Ineffizienz liegen haben. Wir können uns hier auch einfach mal noch das FIP-Level dazu ziehen, welche Level hier auch noch interessant werden. Das sind auch noch die 26.700 US-Dollar, weil hier einfach das Golden Pocket von unserem High zu unserem Low eben sich noch befindet. Das heißt grundsätzlich, für eine Long ist es mir ehrlich gesagt ein bisschen so riskant. Ich tendiere hier weiterhin eher auf Short, weil ich generell, auch ich habe natürlich die letzten zwei Wochen immer mal die Märkte auch beobachtet, mir gefällt dieser ganze Markt momentan überhaupt nicht. Ich bin hier ehrlich gesagt eher davon überzeugt, dass wir deutlich, deutlich tiefere Kurse sehen. Vom Short-Setup her müssen wir dann ganz genau gucken, ob wir bereits hier bei 26.700 schon Short reingehen oder hier wirklich auf die Ineffizienz warten, weil es macht dann schon einiges, sage ich mal aus, also locker mal ein Prozent vom Setup, wo wir dann ein bisschen rumspielen könnten. Also da müssen wir ganz, ganz genau darauf achten. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass wir nochmal deutlich, deutlich tiefere Kurse sehen werden. Und vor allem natürlich, es gibt immer zwei Charts. Es gibt ja normal diesen Index-Chart und es gibt natürlich auch die normalen Charts wie Bybit, BingX etc. Und vor allem bei BingX, wir waren bei Bybit, waren wir sogar in der 23K-Region mit eben diesem Week damals, den wir hier am 17. August hatten. Und ich bin der Meinung, diese werden früher oder später noch geholt. Also bin ich auf jeden Fall felsenfest davon überzeugt, dass wir diese Bereiche noch holen. Wir gehen mal kurz in den 4-Stunden-Timeframe, weil da unten einerseits natürlich auch unser Golden Pocket liegt und auch so ein bisschen noch unsere Support-Seite hier bei 24.000 US-Dollar. Sollte dieser Support dann brechen, gehe ich auch ganz stark davon aus, dass wir die 20.000 US-Dollar sehen. Wir haben hier unten noch ein CME-Gap. Das haben wir auch schon seit ein paar Monaten drin. Ich weiß gar nicht, von wann es war. Ich glaube, das wurde hier geöffnet oder hier in diesem Bereich im März. Also für mich momentan, wenn ihr mich jetzt ehrlich fragen würdet, brechen die 24K, gehen wir ganz safe Richtung 20K. Dann hätten wir im Endeffekt diese kompletten Ineffizienzen, die wir hier drüben noch gefüllt hätten und diesen Pump, den wir hier Anfang März oder Mitte März bekommen haben, hätten wir dann auch noch dazu aufgefüllt. Und das würde, um jetzt mal so einen kleinen Ausblick zu geben, ich mache wie gesagt keinen Wochenausblick, aber so die Märkte an sich gefallen mir derzeit überhaupt nicht. Wir haben S&P 500 am Golden Pocket. Wir haben Dow Jones, der am Golden Pocket rejected worden ist. Das heißt, auch hier nicht wirklich Stärke im Markt. Natürlich hat sich das ein bisschen gezogen die letzten zwei Wochen, aber ansonsten hat die Analyse aus dem letzten Wochenausblick auch gepasst. Auch der DAX kein höheres Hoch. Wir sind hier rejected worden am Hoch. Also es deutet schon sehr, sehr vieles darauf hin, dass wir hier nochmal einen Abverkauf sehen. Das würde natürlich auch die Kryptomärkte nochmal unter Druck setzen. Ihr wisst, September nicht wirklich ein bullischer Monat. Und die nächsten Monate, ob die jetzt wirklich so bullisch werden, sei mal dahingestellt. Natürlich vielleicht so Jahresendrally auf jeden Fall möglich. Aber ich sage jetzt mal September, Oktober, November sind die 20.000 auf jeden Fall immer noch drin. Man muss dazu sagen, ich kann es nicht oft genug beurteilen, wir sind nicht in einem Bullrun. Wir haben die 32.4 nicht durchbrochen. Das heißt, wir sind immer noch in einem Bärenmarkt. Und in einem Bärenmarkt ist es auf jeden Fall möglich, dass wir eben dieses Level hier unten mit dem CME Gap auf jeden Fall hier unten noch füllen könnten. Also das sind so jetzt die nächsten Ziele, die ich jetzt erst einmal habe. Für mich weiterhin alles short orientiert. Daran hat sich in den letzten zwei Wochen oder beziehungsweise ist es in den letzten zwei Wochen nochmal deutlich verstärkt worden. So, gehen wir rüber zu Ethereum. Wie sieht es dort aus? Auch hier wenig verändert. Wir haben hier mal drüber gesprochen, dass wir hier im Endeffekt dieses Contra-Level haben. Wurden wir rejected, nachdem dieser Pump eben kam in diese Zone. Auch hier natürlich dieser Pump schnell wieder zurückgerudert worden. Weil, wie gesagt, wir haben es bei XRP gesehen, wir sehen bei Doge, solche Pumps sind niemals nachhaltig. Das müsst ihr euch einfach merken. Der Kurs kommt immer dahin zurück, wo er im Endeffekt begonnen hat. Dann, hier haben wir zum Beispiel keine Bullish Divergence. Auf dem 4-Stunden-Time-Film gehen wir in den 1-Stunden. Hier hatten wir auch keine, komischerweise bei Ethereum. Ethereum für mich aber auch weiterhin eher deutlich uninteressant. Auch von der Struktur her. Wir haben bei Bitcoin, um das nochmal so ein bisschen zu vergleichen, haben wir hier so ein bisschen eher so eine kleine Widerstandszone. Bei Ethereum weiß ich nicht, ob das hier ausreichend ist. Also da würde ich mich einfach komplett mal fernhalten. Für mich das Bullish-Ziel, sollten wir eine Erholung sehen, ist auf jeden Fall dieser Bereich hier oben bei 1.695 bis 1.701. Ineffizienz füllen. Von mir aus das Bullish-Zer-Case, dass wir hier hochgehen und dann aber auch die Richtung nach unten hin weiter fortsetzen. Auch hier haben wir natürlich noch einen RIG zu füllen, der auf ungefähr 1.515 US-Dollar geht. Und dann haben wir noch einige Konter-Level. Wir gehen wieder in den 4-Stunden-Time-Frame, die es dann hier unten noch zu füllen gibt bei 1.450 oder sogar hier unten die 1.360 US-Dollar. Also auch hier ist noch deutliches Downside-Potenzial. Sollten wir Bitcoin bei 20k sehen, wird Ethereum safe auch nochmal Richtung 1.300 US-Dollar gehen, um mögliche Nachkaufzonen hier zu triggern. Ja, ansonsten steht eigentlich sonst nichts an. Altcoins für mich weiterhin uninteressant. Entweder sind wir immer noch bei Einstiegskursen oder überhaupt nicht kaufinteressant. Deswegen halte ich mich hier weiterhin zurück. XRP-mäßig tut sich auch wenig. Auch hier gehe ich immer noch davon aus, habe ich vor zwei Wochen schon gesagt, die 0.42 werden wir noch fischen. Die Analyse ziehen wir dann einfach noch darüber. Im Endeffekt haben wir uns fast hier oben diesen Konterbereich geholt. Also Analyse immer noch intakt, dass wir hier auf jeden Fall noch dieses Level hier unten sehen. Gut, ansonsten würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hören uns auf jeden Fall morgen wieder, beziehungsweise jetzt wieder in Hülle und Fülle. Und nächste Woche starten wir dann so langsam wieder in Livestreams, in Altcoin-Videos etc. Aber ich will jetzt erstmal noch ein bisschen low machen, noch ein bisschen die letzten Tage genießen, beziehungsweise nicht überstrapazieren. Und ansonsten war es das von meiner Seite. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Und ja, wir hören uns dann auf jeden Fall morgen wieder. Bis dahin, schönes Wochenende. Ciao, ciao. Und wie immer, stay creative.